Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut, dass ihr gut geschlafen habt und dass ihr erfrischt in den Tag startet. Ja, gestern habe ich leider einen Fehler gemacht. Ich habe bei meinem Mandela-Effekt-Video englisch und deutsch verwechselt. Also ich habe das englische Video mit dem deutschen Text versehen und umgekehrt. Aber ganz ehrlich, die Tür hat mich so hart getroffen anscheinend, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ich habe es verbessert, es tut mir sehr leid, wie gesagt, es kommt nicht mehr vor. Ich versuche es halt, dass es nicht mehr vorkommt, aber ich war ziemlich düsselig. Aber ja, heute werde ich wieder im Krankenhaus arbeiten, deshalb muss ich etwas draufhalten und mal sehen, was so passiert heute. Ich habe auch das Auto gestern gekauft und ja, mal sehen, was sich so ergibt. Ich bin voller Tatendrang und auch die Schmerzen sind jetzt erträglich und alles ist gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag und von Herzen alles Gute.